Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz für Sie und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Am Sonntag, den 21. Juni 2020, wurde der in Freiburg stationierte Rettungshubschrauber Christoph 54 zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Eine 26-jährige Motorradfahrerin kam von Zell in Richtung Schönau, kurz vor Frönt, von der Straße ab. Sie stürzte ca. 20 Meter eine hohe Felswand hinunter und landete neben dem Flussbett der Wiese. In enger Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen Schönau und Wieden der Bergwacht Schwarzwald, sowie der Feuerwehr Schönau und Frönt und dem Notarzt, konnte sie mit Hilfe des Rettungsspezialist-Helikopter der Bergwacht Wieden per Winde gerettet werden. Sie sehen hier den ersten Anflug zur Einsatzstelle. Ein ausführliches Nachrichtenvideo des Einsatzes folgt in Kürze. Den Link dazu finden Sie nach dem Video-Upload in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen mein Infovideo gefallen hat, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Dazu einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Bei Schwarzwald TV erfahren Sie regionale Nachrichten aus Ihrer Region. Vielen Dank, bis zum nächsten Beitrag und Tschüss! Danke, dass du beiseitst! Gut, weg, bitte! Gut, weg, bitte! Untertitelung des ZDF für funk, 2017